Sie hören Claire Kingsley, Bailey Brothers, Band 4, Rushing In. Übersetzt von Nicole Hölzgen aus dem amerikanischen Englisch. Gelesen von Katja Hirsch und Matti Kirsch. Erschienen bei Aufbau Audio. Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbau Verlage. Prolog Skylar Skylar, wir müssen reden. Nicht nur diese an sich schon unheilvollen Worte sorgten dafür, dass ich es mit der Angst zu tun bekam, sondern auch Kallens Ton. Er war ausdruckslos, gefühllos. Klingt ernst, sagte ich leicht hin. Vielleicht war meine Reaktion ja doch übertrieben. Womöglich wollte er nur mit mir darüber sprechen, in welches Restaurant wir heute Abend gehen wollten oder über ein ähnlich harmloses Thema. Kallen stand in der Küche unserer Wohnung. Mit seinen eisblauen Augen, der sonnengebräunten Haut und den natürlichen Strähnchen in seinem dichten, dunkelblonden Schopf war er ganz und gar der gut aussehende Kalifornier. Man hätte sein Button-Down-Hemd und die Stoffhose bloß noch gegen Surfshorts und Muscle Shirt austauschen müssen, und fertig war der Sunnyboy vom Strand. Bei dieser Vorstellung hatte ich gleich folgendes Bild vor mir. An einem verlassenen Strand bei Sonnenaufgang entdeckt ein junger Surfer aus Kalifornien eine Leiche. Siehst du, blaffte Kallen, du hörst ja nicht mal richtig hin. Tut mir leid, mir kam doch gerade eine Idee. Was hast du gerade gesagt? Es ist vorbei. Seine Worte trafen mich wie ein Schlag in die Magengrube, und vor Schreck bekam ich erst einmal keinen Ton heraus. Ich starrte ihn an und beobachtete, wie er sein Handy aus der Gesäßtasche holte und sich sein Mundwinkel zu der Andeutung eines Lächelns verzog. Wie bitte? Er steckte das Handy wieder weg und sein Blick schnellte erneut zu mir hoch. Verärgert verzog er das Gesicht. Du willst sogar, dass ich es wiederhole? Lass mich raten, du hast es nicht genau mitbekommen, weil du gerade wieder Plotz für Bücher entwickelst, die du nie schreiben wirst. Autsch, das war ein Schlag unter die Gürtellinie. Nein, ich habe bloß nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Warum machst du es uns so schwer? Wieso bin ich diejenige, die es schwer macht? Du wirfst mir die Worte, es ist vorbei an den Kopf, einfach so, ohne jeden Anlass. Und ich soll einfach so weiterleben wie bisher? Naja, genau das sollst du eben nicht. Was soll ich denn dann deiner Meinung nach darauf antworten? Natürlich frage ich dich, was du damit meinst. Na gut, entgegnete er, als sei meine Bitte um eine Erklärung die unverschämteste Forderung der Welt. Ich bin nicht glücklich. Schon seit langem nicht mehr. Das war's also, ich bin fertig mit dir. Seit wann bist du nicht mehr glücklich? Ich habe doch gerade gesagt, schon seit langem nicht mehr. Verstört starrte ich ihn an. Kallen war noch nie das gewesen, was man gemeinhin als glücklichen Menschen bezeichnete. Er war ernsthaft und stoisch, konzentriert und verantwortungsbewusst. Glücklich zu sein gehörte nicht zu seinem Charakter. Aber die Vorstellung, dass er mit mir unglücklich gewesen war, war mir trotzdem fremd und unverständlich. Es hatte keinerlei Vorwarnung gegeben, überhaupt keine. Ich hatte geglaubt, es gehe ihm gut. Ich dachte, zwischen uns sei alles in Ordnung. Und das war beileibe nicht alles. Ich dachte, wir würden für immer zusammenbleiben. Das Brummen des Kühlschranks dröhnte plötzlich in meinen Ohren. Ich versuchte, ganz still zu stehen, nicht zu zucken. Er würde mich nur wieder als Drama-Queen hinstellen. Beruhige dich, Skylar. Der Kühlschrank ist in Wirklichkeit gar nicht laut. Das Vibrieren schien meinen Rücken hinaufzukriechen. Ich konnte jetzt nicht mehr stillstehen. Nicht hier. Bloß mit Mühe hielt ich mich davon ab, mir die Ohren zuzuhalten und floh ins Wohnzimmer. Das alles kommt nur so unerwartet, sagte ich. Das ist nicht meine Schuld. Wie bitte? Ich wirbelte zu ihm herum. Du trennst dich von mir und es ist nicht deine Schuld? Er stieß einen tiefen Seufzer aus. Nein, es ist nicht meine Schuld, dass dich das überrascht.